Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld und der Nachbar von oben... Oma, das Kräuterkästchen klemmt. Hast du einen Schluck auf? Ach Oma, du Schlingel, hast du mich wieder? Kommt ein Nestle rein. Ich älge heute mal wieder meine Oma. Oma, kommst du? Was? Kommst du mal? Vergiss es diesmal nicht, du Schlingel. Oma, ich hab deine Lieblingskekse. Das ist aber lieb, womit hab ich das verdient? Oh Gott. Hast du einen Schluck auf? Du Schlingel. Oma, kannst du mir mal bitte die Chips aufmachen? Ja, wieso, geht's schwer? Hm. Geht aber wirklich schwer. Opsa. Das war mit dem Schlingel. Hast du die Oma wieder dran gekriegt? Wir haben uns gerade einen Döner geholt und ich habe heute gesagt, Iso, ich bezahle, weil du die letzten Male immer bezahlt hast. Und ich kann euch eins sagen, wenn es ums Bezahlen geht, ist es mit Südländern am schlimmsten zu diskutieren. Warum ist das so? Du bist Gast hier, Odo. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ich Gast bin. Lass mich doch auch mal bezahlen. Du bist Gast hier. Das ist Diskriminierung, ist das, was du machst. Überhaupt nicht. Doch. Handler, nein.